Ich glaube, die große Herausforderung, vor der wir insgesamt in der Lehre stehen, ist die Heterogenität der Studierendenschaft, die zunimmt. Also wir haben einfach zunehmend entweder nochmal Aufholbedarf bei Sprachen, bei mathematischen Kenntnissen, bei Methodenkenntnissen. Und ich fände es schön, wir haben ganz viele tolle Projektanträge gesehen, konnten ja auch leider nicht alle bewilligen. Und ich fände es schön, wenn noch mehr Projekte die Heterogenität der Studierenden in den Blick nehmen würden und schauen, was können wir tun, um da vielleicht mal so eine Art Nachhilfe zu geben oder nochmal zusätzliches Lernmaterial zur Verfügung zu stellen. Also insgesamt stärker auf die Differenzierung nochmal setzen. Also was die letzte Runde gezeigt hat, war, dass es unglaublich viele tolle Ideen gibt. Und das muss nicht immer nur, in Anführungsstrichen, hochgerüstete Technik sein. Manchmal ist es dann auch das didaktische Konzept, wie die Technik eingebunden wird, die etwas ganz spannend macht. Außerdem die Expertinnen, Experten sitzen gerade drinnen im Raum. Ich bin gespannt auf deren Anträge und was kommen wird. Herzlichen Dank, das war es schön. Dankeschön. Tschüss.